Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend und willkommen zurück bei Anarchy Reigns. Also, dann lass uns doch mal... Au, verdammt, warum tritt mir eigentlich jedes Mal, wenn ich den Part anfange, irgendjemand gegen den Kopf? Mistpiker! Stay down! Bitches. So, also, dann lass mich doch mal sehen. Wo haben wir überhaupt hin müssen? Hauptsache mit der Faust. Das ist eigentlich so gar nicht... Leos-Style hätte lieber so einen Roundhouse-Drop, so einen Turm-Kick hätte er runterziehen können. Ja, doch. So, war dann das Sweep. Drei Minuten. Oh, shit, das hätten wir sogar im letzten Part noch machen können, glaube ich. Aber wie gesagt, ich war zu faul, äh... Beide Locations in die... Äh... Oh, geil! Dogfight! Missile! Sweet! Das ist klar. Das ist übrigens auch ein Modus. Nennt sich Dogfight. Grundduell. Er schlägt da nur rein, um Missiles abzufeuern. Unnämndlich Munition. Hau auf, kacke! Feuer! Komm! Feuer, 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 Feuer! Oh. Oh. Uh. Das ist das Ding. Ey Durf nur, dass dieser scheiß Heli die ganze Zeit nach unten zielt Also kann mir mal einer verraten, wie genau ich Wenn ich das handeln soll, wenn die Drohne vor mir fliegt Na Sei nett Na, das ist ja unser anderer Helikopter Schießen hat, komm Feuer Haben wir Hey, wohin Versteckt ihr euch drinnen? Ihr blöden Mistsäcke Wow, 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 bleib ruhig unten Alter Sweet Next The Merchant of Valenda So, den hat Jack lustigerweise nicht getroffen Aber wir suchen ja nach jemandem Der eventuell Ersatzteile für unsere Art von Kybernetic Arts verticken könnte At the Exhalation Pit, Leo comes across a dismantled forklift, only to be approached by a singularity-disturbing porkly junk dealer Ja Ja Hi Boinkie You look good enough to eat What are you? No, 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 don't get me wrong I mean, your stuff It's so, so high-tech So delicious A junk seller from Valenda What do you want? You could sell those for a dainty dinar You could Ooh, shiny Only the best for the cream of the mill valid BPS crop, eh? Oh, man You're not just a junk seller, are you? Oh, you're good Real good Now, gimme, 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 gimme Ow 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 Jedes Mal Gleiche Kacke Hey Oinkie Was? Oinkie's Gang A faction of killseekers who work for Oinkie's company Brutal gangsters Masquerading as simple junk sellers They obtain merchandise By abducting cyborgs and stripping them of their parts They've sworn fealty to Oinkie Hoping for even the nearest scrap of his wealth Up here Machen trotzdem die gleichen Geräusche wie der andere Scheiß Was ist jetzt in dem Ding da hinten los? Kann man da einen reinwerfen? Ich hatte nicht vor, da rein zu fliegen Nein, da kann man keinen reinwerfen Was bringt das dann? Was bringt das dann? Schlampe Schlampe Au Toll Danke für alles Ich gehe mal raus Bäh Wie nett Und Ja Falls ihr das eben gerade ganz kurz entdeckt habt Oinkies Killer Weapon Sind die Mutationstanks auf seinem Rücken Tada Das ist das Banch Bitch Shit Schiff, schiff, schiff! Gumpshot! Gumpshot! Nein! Alter Schwede! Shit! So! Yeah! Gib ihm richtig! Nein, das machst du nicht mit mir! Komm hoch! Shit! Das war jetzt behindert, ey! Dropkick, bitch! Was hat der denn? Du kleine Sau! Bam! Schlampe! Der letzte war unnötig, man! Gah! You see? Taxi! P-Please! Stop the pain! I know Max was here, Jump Dealer. So where'd he go? Spass! 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 Das ist ziemlich cool, wie sich das alles auseinanderballert. Bei Jack war es ja theoretisch, also quasi. Nur der Arm, aber... Wer ist denn da schon wieder hinter mir, ha? Ja, das war jetzt auch klar. So, jetzt brauchen wir nur noch 9000 Punkte und mit Gammelhand ist das irgendwie schlecht zu verdienen. Warte mal, wie viel bringst du? Indie, ne? Ja, okay, komm. Oh, Moment. Ja, okay, doch. Das geht. Auch ohne Mission. 10.000 Punkte. Beziehungsweise... Nein, jetzt noch. Ja. Nein, stopp. Haha. Was ist das? Achso. Achso, das war der Sweeper. Ja. Äh, ja. Ja. Ich... 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 K�i... Und immer nur ein Minions, schön. Das muss ja auch ein bisschen beschleunigen können, muss ja nicht 100 sein, Mann. Weil irgendwas sagt mir, dass es auch nicht unbedingt Leo's Stil ist, einfach mal dahin zu gehen und 100 so kleine Mutanten und... Okay, keine kleinen Mutanten, fickt euch. Keine blockende Mutanten vor allem. Gut, dass du nur meine Arbeit abnimmst, große. Rampage, bitch! One-Hit-Wanda! Was? 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 Oh! Was ist das Ding? Oh! Whoa, whoa, whoa! Wie praktisch! Ja, nett! Das Ding erledigt alles für mich. Ey, und die halten sogar mehr aus. Zumindest haben sie auch alle so einen blöden Pickel im Nacken, wie, äh, Oinkie. Aber ich hab noch nie einen, so ein Ding benutzen sehen. Bang! Rampage, du? Oh, Mann! Was bist du jetzt? Schon wieder so einer mit einem brennenden Auto. Yeah! Ist okay. Okay. Das Ding ist schon wieder an. Komm schon. Oh, was cool ist. Yeah! Dankeschön. Warte mal. Schwach, warte, schwach, warten und nochmal. Oh, cool. Zeitverzögerte Angriffe gehen auch, zumindest bei Leo. Ich entdecke hier immer mehr. Mist. Gut, sonst fehlen wieder mal nur noch ein paar Punkte. Aber wir haben Partende, also werde ich eine kleine Algen-Nein-Wehe. Also werde ich eine kleine Pause einlegen, beziehungsweise ich werde offscreen den Rest von dem ganzen Scheiß machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Immer schön liken, abonnieren und kommentieren. Auch auf Facebook und Twitter. Also Leute, viel Spaß auf YouTube im Weiteren und ciao.